Erklär-Video-Briefwahl Sie können oder wollen am 26. September nicht zur Wahl gehen? Dann müssen Sie einen Antrag für die Briefwahl stellen. Dafür müssen Sie auf der Rückseite von der Wahlbenachrichtigung dieses Wort ankreuzen. Briefwahl Und Sie müssen alle Felder auf dieser Rückseite ausfüllen. Sie haben den Antrag unterschrieben? Dann schicken Sie den Briefwahlantrag ab. Das Wahlamt schickt Ihnen nun die Unterlagen zur Briefwahl. Sie haben die Briefwahlunterlagen bekommen? Dann haben Sie bei dieser Wahl zwei Stimmzettel, ein Stimmzettel für die Landtagswahl, ein Stimmzettel für die Bundestagswahl, zwei Stimmzettelumschläge. ein grüner Stimmzettel-Umschlag für die Landtagswahl, ein blauer Stimmzettel-Umschlag für die Bundestagswahl, zwei Wahlbriefumschläge, ein grüner Wahlbriefumschlag für die Landtagswahl, ein roter Wahlbriefumschlag für die Bundestagswahl, zwei Wahlscheine, Sie können im Merkblatt nachlesen? So funktioniert die Briefwahl. Was müssen Sie genau bei der Briefwahl machen? Die Briefwahl funktioniert bei diesen Wahlen in sechs Schritten. Erster Schritt Nehmen Sie den Stimmzettel für die Landtagswahl. Der Stimmzettel sieht so aus. Die linke Spalte hat schwarze Schrift. Hier machen Sie ein Kreuz für die Erststimme. Die rechte Spalte hat blaue Schrift. Hier machen Sie ein Kreuz für die Zweitstimme. Zweiter Schritt Nehmen Sie den Stimmzettel für die Bundestagswahl. Geben Sie auch hier Ihre zwei Wahlstimmen ab. Dritter Schritt Falten Sie beide Stimmzettel. Stecken Sie den Stimmzettel für die Landtagswahl in den grünen Umschlag. Stecken Sie den Stimmzettel für die Bundestagswahl in den blauen Umschlag. Dann kleben Sie beide Umschläge zu. Vierter Schritt Unterschreiben Sie bitte beide Wahlscheine. Fünfter Schritt Machen Sie die beiden Wahlbriefumschläge fertig. Sie machen das so. In den grünen Umschlag zur Landtagswahl stecken Sie den grünen Umschlag mit dem Landtagsstimmzettel, den Wahlschein zur Landtagswahl. In den roten Umschlag zur Bundestagswahl stecken Sie den blauen Umschlag mit dem Bundestagsstimmzettel, den Wahlschein zur Bundestagswahl. Dann kleben Sie die zwei Wahlbriefumschläge zu. Sie brauchen keine Briefmarken für die zwei Wahlbriefumschläge. Sechster Schritt Werfen Sie bitte die zwei Wahlbriefumschläge in den Briefkasten. Sie müssen bis zum 23. September die zwei Wahlbriefumschläge in den Briefkasten werfen. Haben Sie alle sechs Schritte gemacht? Dann haben Sie mit der Briefwahl gewählt. Bitte gehen Sie wählen. Dann stehen Sie mit dieser richtigen Steven Knanns für die predikommen in den Richtigen.